Sascha Vollmer, auf dem roten Teppich, Hoss Power, aber wo ist denn der Rest der Bande? Die sind zu Hause oder im Urlaub tatsächlich. Ich vertrete die Band Würdig alleine heute. Oder würden die sich hier nicht benehmen? Vielleicht auch das, ja, aber sagen wir mal dahingestellt, die hätten auch Bock gehabt, aber sie sind einfach verhindert oder nicht da. Und ich bin der Einzige, der da ist, meine lieben Frau. Und wir vertreten euch die Band Würdig. Bissen wir, wissen wir. Ja, ja. Bisschen wirr? Ja, nein. Naja, ich komme gerade aus dem Auto und sehe, da stehen irgendwie 15.000 Leute oder was weiß ich. Und jetzt habe ich ein Mikrofon von der Nase, ich muss mich erstmal akklimatisieren. Man darf auch hier draußen bleiben und mit den Dresdnern hier draußen auf dem Theaterplatz tanzen. Ja, habe ich auch schon gehört. Ja, jetzt gehen wir erstmal rein, wenn es drinnen nicht so gut ist, gehen wir raus und tanzen mit den Dresdnern. Aber der Dreivierteltakt ist sicher als Rocker? Ja, also jeder Takt ist sicher. Also ich meine, spielen kann ich alles, aber ob es mit dem Bein heute hinhaut, das werden wir nachher noch sehen. Toi, toi, toi. Danke. Schönen Abend. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020